Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xylea. Im letzten Part haben wir... Ja... Was haben wir? Sind in die Kluft gegangen und wollen nun das Miasma aufhalten, das hier irgendwo ist. Dieser Typ hat mich nicht runterspringen lassen, deswegen musste ich kämpfen und ich hatte ein Level ab. Mein Gott, man muss wirklich bei der Leiter runterspringen. Okay. Sieht ihr mal total... Wir können hier hoch oder runter? Was? Okay. Sieht komisch aus. Wenn nicht, kommen wir sowieso nicht durch, ja. War klar. Was? Okay. Und da musst du jetzt auch wieder draufspringen, oder wie? Hallo, Miasma. Hallo, du. Gib mir Erfahrungspunkte. Keine Ahnung, was ich sonst noch hatte. Mit Mela. Deswegen ist es mir jetzt scheißegal. Oh Gott. Ach, Zebrowschlag. Genau. Aber die Gegner waren eh nicht in der Reichweite. Also ich hab grad keine Ahnung gehabt, warum ich das jetzt überhaupt gemacht habe. Aber who cares? Ich hab kurzzeitig vergessen, dass sie überhaupt mit Mela... Yo! Ähm, verbunden war. Wow. Yo! Der hat einfach mal nicht weggenockt. Geht auch. Beast. Beast. Oh, es geben schon Erfahrungspunkte. Oh nein. Ich hab bis jetzt noch keine Teufelsbestie besiegt. Hallo, Schalter. Und hier kann man nichts machen, okay. Wie groß ist das hier bitte? Warum gibt es hier nichts? Und warum auch immer ich hier hoch muss? Sehr gute Frage. Er ist ein Gegner da. Er ist ein Gegner da. Du bist so langsam, Leia. Schraube schneller! Was? Bin ich den Mann, der kann fliegen? Truhe. Alter Vogel, warum bist du so schnell? Ha, der heiligen Bestie? What? Von hier kann ich springen. Einfach so. Machen wir einfach mal. Ah, okay. Joa. Aber nee. Erstmal noch alles andere erkunden. Hier gibt's Glitzer. Ich hoffe, ich hab sonst wo nichts vergessen. Und Bock gegen alles zu kämpfen habe ich auch nicht. Ich hoffe, da hinten ist irgendwas brauchbares. Ich sehe auf jeden Fall schon mal die Kiste hier. Was ist das für ein verwinkelter Ort, bitte? Oh, Mensch. Noch eine Truhe. Schwarze Perlen. Saphir Schale. Ah, okay. Warum seid ihr alle so aggro hier? Ist doch nur ne Kluft. Joa. Rennen gegen die Wand. Das ist mir so gesehen egal. Und hier haben wir... Ah. Schöne Rabenschwarze Feder. Und da glitzert nur was. Mehr ist da wahrscheinlich auch nicht. Meine Güte. Jau. Du bemerkst mich ehrlich erst, wenn ich vor deinen Augen stehe. Und dein Kollege auch. Das ist... Wow. Einfach weiter. Hallo, du. Du, ich besiege dich doch wie immer gerne. Gibt schön viele Herausforderungen, Punkte. Hör auf da mit der Blocke tun. Nicht gut. Äh. Baum macht mir leider die ganze Zeit wenig. Und nichts ist. Ha. Nice. Schön ausgeglichen. Oh nein. Wiest hab ich nicht. Ach, dann bist du tot. Tschüss, du Offen. Au. Hatte anscheinend Lägerenschwäche. Geht klar. So. Okay. Hier außenrum. Why not? Auge der Dämonenbestie. Noch mehr. Okay. Hier kommen wir schon mal hoch. Die Karte ist echt komisch irgendwie. Alles für ne Truhe. Danke. Ah. Man kann nicht da hinlaufen und während dem Laufen X drücken. Ja, okay. Rote Seilball. Und warum sollte ich da hoch wollen? Gar nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht warum. Gruselige Fühle. Da kann man auch noch irgendwie hoch. Gehen wir jetzt erst hier lang. Und sehen, was wir machen müssen. Ach so, ja. Hoch müssen wahrscheinlich wieder irgend so ein Siegel zerbrechen. das irgendwo haftaucht. Ja, 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 ja. Komm, wie oft dürfen wir das selbe Spiel jetzt noch machen? So. Hier war das. Wo ist jetzt das verdammte Siegel? Wenn man das wüsste. Kann ja nur irgendwo sein, wo man dann halt runterspringen muss. Erstmal gucken, was hier oben ist. Ah, hallo. Truhe. Nur nicht falsch runterspringen. Seltsamer Kern. Würde ich einfach sagen, gehen wir so zurück. Da glitzert was. So, hier bin ich gleich am Anfang hingegangen. Ne, Quatsch. Hier bin ich hingegangen. So. Ja, hier leuchtet das also auch. Da, wo ich runterspringen muss. Okay. Hätte ich die Truhe ja auch gleich am Ende holen können. Aber nein. Wer kann denn sowas ornen? Und. Dummes Siegel. Kann man nicht einfach mit genug Wucht drauf treten? Müsste doch auch gehen. Das war nicht so sinnvoll, aber hey. Oh. Das nicht übersehen. Bin ich hier überhaupt langgegangen? Ich weiß. Ja, bin ich. Bin ich. Bin ich. Ja, du. Oh, nein. Untergeschoss 3. Alter, das wird ja immer bescheuert. Was? Also hier bin ich jetzt. Ach so. Es sind die mehreren Geschoss gleich über. Ich kann keine Karten mehr lesen. Hier lang. Und du wirst dran glauben. Ist ich da ein Tunnel rechts oder was ist das? Gute Frage. Nächste Folge. Au, 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 au. Au. Ja, das meine ich. Die werden immer irgendwie ab und vor diese Haltung machen. Das ist doch total bescheuert. Oh Gott, jetzt bin ich verlangt. Oder was ist das? Die werden immer ab und vor die Haltung machen. Und zack. Waren schön verbrennen. Nee, keine Erdschwäche. Feuerschwäche. Aber meine Feuerförder will ich nicht extra noch reinbringen für die. A-Z-Bonus. Yo. Whatever. Ich wollte sich gerade wieder einbuddeln. Aber nichts mit mir. Ja, kann man. Du erwischst mich nicht. Vielleicht in deinen Träumen. Äh, ja. Und was soll hier sein? Ich meine, hier ist eine Quelle. Bisschen Wasser. Wir können uns an der aber auch nicht hochheilen oder so ein Shit. Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch nicht mein Problem. Nein. Das nehme ich gerne mit. So, einfach mal nach hier hinten. Immer diese Dämonen-Augen. Wie viel kriegen wir denn jetzt bitte? Und noch mehr Federn. Gefährlicher Gegner oder... Ich wette, da muss sie am Ende auch wieder hoch. Genau hier. Ich glaube, ich sollte demnächst einfach mal... Ja, von der Seite schon mal nicht, ne? Das nächste Mal einfach mal, falls es noch welche gibt, gleich zum... Was? Okay. Und wie komme ich jetzt da hoch? Äh... Ja. Genau. Okay. Gehen wir einfach mal, erst mal... ...dahin, wo wir hin müssen. Sonst bringt's ja eh nichts. Hallo Vogel. Ciao Vogel. Sagen wir nicht so aggro. So. Erst mal hier's teilfinden, ansonsten... ...wissen wir ja nicht, von wo aus wir springen müssen. Aber das ist die einzige erhöhte Position auf der Karte. Wow. 10.000 galt. Wie viel galt denn noch? Und der Kristall geht wieder kaputt. Und der Kristall geht wieder kaputt. Da gehen. So. Oh. Hi. Mysteriöses Juw-w-w-w-w-w-w-w-w. Nein, das wollte ich nicht machen... Das wollte ich machen. Moment, ist der gerade neu gespawnt oder hat man ihn nur nicht irgendwie gesehen, weil er durchsichtig gemacht wurde? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist das? Eigentlich hätte ich ja auch ganz normal weitermachen können im letzten Part. Aber wer hätte gedacht, dass erstmal so eine Dungeon-Passage kommt. Sicherlich jeder, bis auf ich. Zweifache Preisgeld. Lassen wir da hinten mal aus und gehen dann jetzt da hinten zum leuchtenden Teil. Dem Siegel ist beschissen und ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Yo, sei mal nicht so Akku schnell. Wow. Für den Schaden, den ich da gesehen habe, war die Leistung noch immer zu voll. Ich habe beide Kastlitz-Fels oder was ist los? Einmal eine Heilung. Ich habe die Kastlitz-Fels. Ich habe die Kastlitz-Fels. Ich habe die Kastlitz-Fels. Wie das? Oh, genau! Du magst sicher diesen Kastlitz-Fels? Und das hatte ich schon, daran kann ich mich total nicht erinnern. Hallo? Ich konnte es überspringen. Wollt ihr mich verarschen? Alter, das ist immer echt cool, finde ich. Na, Elvin und Leia? Ich hätte nie gedacht, dass die sowas mal machen würden. Ah, der Kollege bemerkt mich schon etwas früher. Nur nicht früh genug. Ja, 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 ja. So einfach mal jedem Gegner ausweichen. Ja, okay. Hätte ich mir gleich denken können. Ha! Einfach mal von der Seite hochklettern, wo es noch geht. Abaday! Was passiert eigentlich, wenn man es minimal nicht trifft? Dann trifft man es halt nicht. Okay. Aber ich meine so wirklich mit einem Fuß drauf, aber auch nur ein bisschen gehst du da hoch. Das heißt, man muss von hier runter springen. Wow. Man kann von hier sogar nicht runter springen. Okay, man kann es nicht testen. Aber was soll's. Testen will ich es ja eh nicht. Gut, dann ist das Siegel hier auch gebrochen. Und ich hoffe, das ist das letzte. Aber wissen tut man es nicht. Und dann würde ich sagen, sobald wir gesehen haben, was im nächsten Part auf uns zukommen wird, nachdem wir da durchgegangen sind, wird dieser Part der Part bleiben und beendet werden. Ja. Das hat jetzt so Sinn ergeben. Alter, man muss die noch nicht großartig ausweichen. Dich nehmen wir auch noch mit. Hallo. Tschüss. Das Säckchen nehme ich auch noch. Und ich würde auch gerne wissen, was noch hinter mir ist. Nicht wirklich irgendetwas Nennswertes. Gut. Tiefen. Perfekten Speicherpunkt, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss. Tschüss. Pick des Schlechtdäts.